Das wird... Verkaufe ich auch mit. Fonds mit der Leere. Zufälliger Verwandlungstag. Tapfer... Ja, ich brauch das ja nicht alles mit ansagen. Mal schauen, wie viel ich hier... Wie viel hier reinpasst. Oh, das Fach ist leer. Und... Vor allem, warum gibt's so... So viele... 100.000 verschiedene Verwandlungsstränke. Das... Das verstehe ich nicht. Das wollte ich schon sagen. Dit verstehe ich nicht. Das ist aber berlinerisch. Und ich hab ja selber mal gesagt, ich will nicht wirklich, ähm... Ich will nicht, ähm... Wirklich... Dialekt in meinen LPs haben. Na, sieht vielleicht doch ganz gut aus. Oh, dann wird das mal halt alles verkauft. Oh, haben wir hier nicht noch einen... Dunkelheitstrank? Ja, dass wir das hier mal alles decken. So... Kleiner Vergessenheitstrank. Normal. Schwach. Stark. Okay. Dann ab zur Item-Auktion. Mal schauen. So, anbieten. Dann machen wir jetzt erst mal die ganzen, ähm... Da kämpft wieder einer die ganzen Kräuter und sowas... für ein Silber. Hm. Mal so viel gesammelt. Na ja, egal. Auch wenn ihr sagt, das ist noch mehr. Aber ich glaube, ich... Ich hab das schon so oft gesagt. Ich glaube, ich muss es nicht noch mal wiederholen. Dass ich das hier... zu Niedrigpreisen raushaue. Ach so, siehst du, da kann ich hier gleich mal, äh... Was ist denn hier? Ah, okay. Nur ein Kristall. Ähm... Auktion. Weiter. Oh, haben wir hier noch irgend so... Ne... Dings-Essenz. Hier haben wir noch... Da haben wir noch rote Kräuter. Okay. Der erste Auktion. Okay, Handel war erfolgreich. Schön, das erste. Die Kristalle. 100. Die waren ja auch immer sehr begehrt. So, und jetzt die Verwandlungstränke. Müssen wir mal gucken, wie viel die alle... Wie viel die alle wert sind. Verwandlungstränke. Verwandlung. Muss ich natürlich auch richtig schreiben. Verwandlung. Äh, 99 Silber. Na, biete ich mir mal... Biete ich den mal für... 20 an. Mein Gott. Hm. Machen wir für 10. Ich will sie loswerden. Kann mir... Kann mir... Und es wäre mal schön zu sagen, warum... Dass mir vielleicht einer sagt, warum... Wozu es... So viele Verwandlungen... Viele verschiedene Verwandlungstränke gibt. Nein, egal. Na, das ist vielleicht jetzt auch nicht gerade sehr spannend, was ich hier... Äh, mache... Dieses Verkaufen... Ne, 10. Oh, ähm... Haben wir noch einen Trank? Denn wir haben jetzt... Die... Ich hau jetzt einfach mal alle Tränke für... Alle Tränke für 10 Silber raus. Mal gucken... Entweder haut es hin... Oder es haut nicht hin. Das erste... Es haben schon wieder welche geklappt. Ist doch ganz... Ist doch ganz gut. So... Vielleicht ist manches... Zu teuer... Vielleicht manches zu billig... Egal. Hauptsache raus... Hauptsache Geld... Und... Habt ihr schon gesehen, dass wir Geld machen. Also von daher... So... Hier haben wir noch einen Trank... Ach, ich hab manche nicht wirklich gesteckt. Egal. Ich glaube, die Starken... Die gibt es auch nicht wirklich zu kaufen. Da passt das schon, denke ich mal. So... So... Haben wir noch ein paar... Die haben wir noch ein paar Tränke... Okay... 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 Äh... Posteingang voll... Ich hoffe, ihr findet euer Glück. Wieso kann ich da... Kann ich jetzt nichts mehr einstellen? Jetzt dürfte es aber wieder funktionieren. Vielleicht ein bisschen was... Ja... Okay... Und jetzt... Jetzt kratte wieder was... Lebensviole... Oh... Gut... Und jetzt mache ich erstmal noch hier... Jetzt spiele ich mal noch das Kristallspiel... Warte da ein bisschen... Äh... Äh... Nö... Noch nicht... Nö... Komma... Also ich... Ich mache... Ich habe das irgendwie gerade nicht so gelösen... Deswegen... Äh... Nein... Komma... Noch... Nicht... Komma... Punkt... Ich... Bin... Noch... Beim... Verkaufen... Und... Einstellen... In... Die... Item... Auktion... Ich weiß nicht, ob er das noch liest oder ob er schon weg ist... Keine Ahnung... Ähm... Ich wollte jetzt zum Kristallspiel, ne? Hm... Ah... Okay... Unentschieden... Schade... Noch einmal... Okidoki... Und... Ruma Parks Kristall... Da müssen wir auch mal gucken... Wie sieht es denn eigentlich hier noch aus? Haben wir hier noch Tränke? Nein... Äh... Ruma Parks Kristall... Warte ich gucken... Wie viel der? Ruma... 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 Ruma Parks Kristall... Für 30... Mach mal schon 15... Jo... Der geht noch... Hm... Hm... Und... Jetzt... Was haben wir jetzt noch? Formel der Leere... Mal sehen, ob die noch... Was taugt... Der... Leere... Was ist jetzt, wenn ich nur Leere eingebe? Leere... Auch keine Auktion... Ähm... Was haben wir dann noch Schönes? Färbemittel... Äh... Färbemittel... Äh... Entschuldigung bitte... Nimm was mit 5 rein... Fünf... Unbekanntes Färbemittel... Und... Äh... Das... Lebensfilter... Mal sehen, ob das auch jemand kauft... Lebens... Wille... Lebensfilter... Uh... 500 Silber... Uh... Das ist... Auch gar nicht so... Na dann nehmen wir's auch mal... Dann nehmen wir's hier mit... T... T... Mit 400, ne? T... 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 So... Und jetzt nehmen wir... Äh... Flammen... Was haben wir da alles... Flammen und sowas... Ach wenn nicht das alles für 100 Silber... Ähm... Für 100... Ähm... Silber rein... Tool ist doch denke ich mal... Okay... T... 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 Vielen Dank.